so wir erwarten den angriff in morgen leute war da fällt euch was auf der schnee sieht doch jetzt viel geiler aus guckt jetzt mal auf den schnee das ist neu das anders gab es ja gab es einen patch seit letzter woche ich glaube schon aber die der schneefall ist auf jeden fall neu also vorher war der nicht so geil der sieht jetzt ziemlich gut aus finde ich sehr realistisch erst mal aber gut damit hat sich willkommen zu einer weiteren runde bellwight und wir erwarten morgen den überfall und es wurden einige nützliche tipps in die kommentare geschrieben die ich gesehen habe allen voran sollten wir mal wirklich gucken ich meine dafür brauchen erst mal geld wir müssen erst mal wieder an geld kommen aber wir sollten wirklich mal bücher für unsere untergebenen holen und immer hochleveln wenn die sollen um einiges besser und nützlicher und effektiver werden wenn sie hochgelevelt sind und uns auch beim bauen helfen können weil übrigens diese halle lieber machen ich wurde vorgewarnt das sind das noch von den komplizierten gebäuden das am leichtesten zu bauen der ist das heißt das wird noch viel viel schlimmer ja aber wie gesagt ich habe gar kein problem damit also ich das gar nicht so schlimm das bauen es hat halt wie gesagt was meditatives und wenn tim dann eine von seinen lebensstorys rausholt ist es ganz ertragbar muss ich sagen ach so ok ja ist nicht schlimm weil es keine muss das nicht analysieren du bist so viel zu fett ich stimme so legen uns jetzt dann oder haben schon die neue fester festerianischen nationalen lassen letztens die nein herauf freundlich wieder damit an bitte jetzt musst du uns das aber erklären ist jetzt angeteasert hast ich bin im verhältnis zum anderen bei etwas zu leise ok er möchte einfach leiser komplett ich weiß gar nicht ich sollte die letzten letzten stream letzte woche donnerstag wo ich ja battle brothers gemacht habe soll ich irgendein holz leasing ich weiß aber nicht mehr welches also sollte man gepostet obwohl das die ganze zeit nicht so dass ich jetzt einfach ignorieren ich werde es auch heute weiter schreiben so nett dass die raider scheinbar die überfall überfallbenachrichtigung lamentiert und unterschrieben rechtzeitig einreichen damit man sich vorbereiten kann ja das ist ja nicht so wie in gothic online wo die banditen einfach so überfallen wie sie gerade lustig sind diese banditen hier haben wenigstens ein bisschen anstand für ehre genau die sagen vorher bescheiden aber ja richtig die geht die reichen erst mal förmlich eine kriegserklärung rein der lukumir ist ziemlich stark würde ich meistens ein handwerksbuch geben bei zeiten hier muss ich mal suchen das muss auch vom überfallamt genehmigt werden ich habe ich habe ich habe einen gefährten nämlich begleitet wir wollen uns nicht einfach mal schlafen legen vielleicht apropos ich glaube die die leute können ja auch gerade alle in den wohnzelten ich habe mich gewundert okay dann gehen wir mal schlafen das ist eine gute sache so kann ich was so kann man nur den einlad zu hinzufügen verstehe ich nicht bei mir sorgt alleine die erwähnung von achtung engine schon für einen messbaren anstieg des pulses kann ich absolut nachvollziehen Achtung was Achtung engine das ist so typischer gothic online multiplayer spruch wenn man im rp quasi bambula ankündigt sagt man Achtung engine dann wird's schwert gezogen dann gibt's kämpfe so warte auf andere spieler die schlafen schlafen moin vielleicht tags 26 schon wir sind bald ne monat hier in der welt weil wir haben es geschafft in einem monat fast ne ganze siedlung zu errichten guck dir das mal an ey wir sind schon heftig muss ich sagen richtig geil nur mir du richtig genau herstellung werde ich mal bei dir der war ich wünschte ich könnte hier eine treppe bauen eine treppe wäre hier ist supergeil anstatt jedes mal hochzuklemmten klänter klett klettern krieg gibt es denn der hundern ist jetzt in der artes buch oh mein gott ich habe in der bandit überfall kommt bin ich gefickt junge stimmt so kommt heute wir haben auch gott aber auch keinerlei nahrung irgendwie verbaut doch 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 hier am am immer noch ein paar bären sammeln ich schätze mal wir haben keine mehr gerade wir haben gott winter du kannst ihr keine bären sammeln ach stimmt das ist ja so mal ich kann mal kurz gucken ob ich noch ein paar wölfe jagen kann sich nicht viel wir brauchen fleisch aber ich sehe gerade auf der map nirgendwo das wollen wir wieder nach osten gehen vielleicht das aber nicht aber der angriff kommt aber heute ja aber der brauche ja immer noch gefühlt drei stunden bis er angekommen ist haben wir noch so dass wir jetzt mal rennen wenn man am tag kommt mit pech gemeint los und er ist dann einfach in center müsste auch schon nicht sagen der korn speicher ist leer sei ja ja gut dann müsstest du das nicht sagen tschuldigung sehr interessant ja wirklich light sky analysiert den letzten battle brothers fügen gerade battle brauche ich bin bei mir auch schon lange auf der to do da ich das endlich mal spiel ich habe das noch nie gespielt muss ich habe mir das für über einem jahr mal gekauft mit ganzen menge die season allem möglichen bis heute bis heute noch auf einer pile of shame ich wollte sogar mal stream aber ich kann das jetzt nicht dazu machen das ist so faszinierend beim spiel wie schnell du umschlagen kannst von richtig guter stimmung in absolut so großen hass so auf die tischplatte schlägt ja das hast du im gothic zum beispiel nicht da spielst du einfach entspannt aber das macht das spiel halt aus weißt du den arten die wieder kick und dann vorbeischlagen da würde ich ja ganz fuchsäufels füllt werden ist das so dieses dieses x-kom phänomen 99 prozent trefferquote und du triffst den 4 von 5 fällen nicht ja ja zum beispiel ja ich hätte zum beispiel 95 prozent ist also 95 prozent ist das maximum an treffer wahrscheinlichkeit das heißt also dass immer so fünf prozent cap noch für verfehlen egal wie gut deine satz sind sachs alter geil das sieht aber fancy aus das ding natürlich als nächstes haben du hast ein messerchen bekommen beim letzten mal ich will diesmal das sagt etwas längeres messerchen wir auch nicht schlecht als dieser kleine durch aber andererseits ich bin bogenschütze was gut will alles stream will reicht ja fast für 100 streams ich weiß also soll ich zwei davon machen ja von den sachs ok super ich höre irgendwelche viecher hier und von mir jetzt eigentlich auch meine gewandtheit ich bin ich bin im immergrünen nimmerland hinterland nicht nimmerland hinterland und das soll sehr gefährliche seiner drei rote punkte ich muss sagen der schneefall sieht richtig geil aus also ich kann das nicht kann mich nicht daran erinnern dass das so geil aus da die ganze zeit aber gerade geguckt der letzte patch war am 19.6 19.6 also anderthalb monate her na gut aber beim letzten mal kein winter glaube ich ich kann mich erinnern wir damals also letztens damals also von der woche die im spiel vor einem tag erst die ganzen wölfe ausgerottet ich weiß gar nicht wie schnell die riesen bohren riemen braucht man dafür weiß ich vielleicht können wir den fluss überqueren immer grünes hinterland das spiel lügt mich an so grün ist es hier nicht okay das liegt aber auch nur daran dass grad winter ist kann man schwimmen dann dann sollten sie ist es in den meisten fällen grünes hinterland nennen den meisten fällen ich glaube wir kommen nicht drauf fälle wir brauchen wieder fälle ja wir sind gerade auf der jagd wenn wir wölfe finden dann wäre das eine idee meinst du das überleben ich will es nicht probieren ich bin gerade dabei ein buch zu lesen das hört sich so bescheuert an einfach nicht mehr jahre zündigung ich spring die klippe nicht runter ich bin gerade dabei ein buch zu lesen aber es ist halt für die weiß danach können wir es gerne machen zu bellweit alter ich möchte nicht fest wenn ich das wenn ich jetzt halt sterben dann ist nach einer stunde ist das buch umsonst das ist so richtig achten grüßes gratis oder genau cool wenn ich mir die leidige bin sparen weil die leidige ein latein war auch richtig weg all einer schule da war da kann ich werde story droppen wenn das wenn ihr das für angebracht hat verhaltet ja mein latein lehrer reiner adams hieß der ich glaube dass mittlerweile nicht mehr der war damals schon ungefähr 80 oder so auf dem küm als ich bei dem latein hatte und das problem bei diesem lehrer war es aber ein absoluter widerling zu grundsätzlich und der wahrheit so der dachte halt wirklich hier ist ein magister im antiken rom so herrlich ich glaube die hast du mal was man mit dem deines die gespielt haben was ist glaube ich mal jetzt kannst du den hasen kannst du den hasen da unten erschießen das ist ein bisschen weit weg ich versuche mich mal ein bisschen anzuschleichen springt runter naja der magister ja ich hätte auf jeden fall zwei jahre latein und zwei jahre in der teile füllen das ist so der geschichte ach das war schon die geschichte ja also wenn ich die geschichte mal erzählen da bräuchte jetzt noch mal im detail aus und detail auszuführen oder ach so ja ich weiß nicht ob der chat die vielleicht hören wollt ihr wollt ihr die geschichte von tims magister hören aus der schule kommt so nein ja okay also gibt es ein also der wie gesagt der hat halt echt gedacht der wer halt im antiken rom jungen lehrer und musste sich auch mal dann also auch aufstehen wenn der reinkam der doch immer darauf gehalten dass die ganze klasse schon drin war und dann halt an ihrem pulten tischen stand und dann kam er als letzter halt rein und es war wichtig dass man saß und wenn er reinkam musste man aufstehen das war dann hat er sich vorne hingestellt so die alle erst einmal angeguckt wirklich so fünf sechs sekunden gewartet und dann hat er gesagt salveti des kipoli das heißt auf lateinisch seid gegrüßt schüler und dann mussten wir natürlich fachkundisch wie wir es gelernt hatten antworten salve magister also sein lehrer und damit sind die vokabeln die ich behalten habe auch erschöpft sprüche wie pekunia non oled also geld stinkt nicht und so das können natürlich noch aber das kennt man nicht aus dem dateien deutsch also ich muss sagen vielleicht war es war auch so einer der auch so real life cosplays gemacht hat und so so auf solar pro römer lab heute hat er keinen an bei so einem faschings umzug läuft einfach so ein senator entlang hat er auch hatte auch ja ich vielleicht wollte er ist sogar nur der direktor hat es verboten die direktorin luise berg elas hieß sie okay ich weiß nicht ob das so datenschutz rechtlich die ist da lange nicht mehr also war es ja öffentlich als man konnte ja damals einfach google auf der schulseite wer da war und die rektorin ok kleine challenge für den gummi punkt wer herausfindet auf welcher schule ich da war der kriegt zehn gummi punkte das sind gummi punkte punkte die man sich einbildet sich toll fühlt wenn man sie hat zu ihm passt dann alle 117 pax romana ja das wird er erst mal spielen wenn es rauskommt so ok ich wette gaius war bei ihm auch in der schule das glaube ich nicht das wäre er bei mir in der spüche wenn er aber er ist alles ja später war und das noch ein hase jetzt habe ich kein bogen dabei ist ich finde es schade dass man hier die hasen nicht im nahkampf jagen darf belastet nein gemein in medival dynasty hast du es ja noch hinbekommen die viecher halbwegs zu jagen und dann zu kriegen dann ja mit sperren wenigstens damit sperren aber du kannst auch du kannst ja auch hinterher rennen und die knüpfe das hat auch noch funktioniert außer bei rennen natürlich sind immer die größten biatches in den spielen die rennen immer die dies ist unglaublich das sind die franzosen der tierwelt einfach weiß ich ja jetzt nicht was ich von dieser sachs halten soll wie viel schaden macht das ding das ding macht 28 schneitschar also schnittschaden hast du eins irgendwo noch hingelegt oder hast du beide gerade ich habe beide im inventar damit die npcs das nicht nehmen weil ich würde mal ich würde es mal zumindest vergleichen mit dem rondell dass ich habe ob das überhaupt irgendwie brauchbar ist also das ding ist auf jeden fall besser als meine keule hier die ich habe ich habe ich habe mir eins genommen so rund 21 18 kaum durchdringender schaden es ist aber schneller und länger wie man schwarz ja wo bin ich jetzt gelandet und er hat halt gut stich schaden man macht man steche ich mal ah wenn ich von unten zu stelle ich dann dann macht das hier den stich aber das mache ich so selten da ist glaube ich besser wenn ich dass das hier nehme ich wirke zwar nicht sehr motiviert damit was scheint etwas schneller und länger zu sein willst du dafür denn denn durchs oder wieder haben und sonst wo ich meine tour dass das vielleicht die hier ist eine waffen kiste hier oder oder ja ich muss mir da rein ja dann könnte vielleicht die m die bewohner sich holen ja legst du noch das sachs da rein ja genau das rondell hast du jetzt reingelegt ich verstehe längens buch ernten kann ich irgendeinem unserer dorf wohne noch das ernten verbessern ich gucke mir gerade welche dorf wohne ich auf was spezialisiert am besten mega nice alter schönes sachs coole waffe besser als der knüppel drei von sechs schon wieder lugo mehr lugo ist einfach zu 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 strong gefällt gefällt harry lenz setz könnte man auf ernten ein bisschen besser machen ach nein ach jetzt okay jetzt kommt der überfall ja auch hier weiter wie nehmen wir mit so viel wie möglich oder ja also die mit waffen halten shit wir haben ja auf unserem röscher gesteckt kein holz na gut und klappt dann haben wir erstmal kein barfuß für den kampf ich kann die mir nicht auf gefährte umstellen ja genau stelle was ich glaube weil die hungern wahrscheinlich das so ja wenn die hungern dann könnte ich diesen grundsätzlichen befehle nicht mehr befolgen du trägt das war nicht nur ein morschach ich habe da so eine nagelkeule hergestellt oder tatsächlich ich bin doch gerade eigentlich aber jetzt sollte doch kein tatsächlich wenn sie hunger haben kann man sie nicht mehr zum gefolger einrufen aber lugo mir habe ich etwas gegeben der komplette leute man kriegt kein holz mehr wenn man bäume fällt bei einer ganz großen hast du nie wirklich holz bekommen also ist kein normales holz da musst du die kleineren fällen aber ich habe eigentlich immer holz bekommen wenn ich auf bäume eingeschlagen habe man kriegt jetzt nur noch wenn man auf die kleine einschlägt hat mir das immer so mit den kleinen bäumen komisch ich war mir relativ sicher dass das auch bei großen war aber gut was weiß ich schon was weiß ich schon das sind immer noch so irgendwie kann ich da auch gerade nicht beim bräuchegestell nachlegen was wollte ich mache ich mache schon ich mache schon ich mache schon ich mache ich frage mir kannst du das machen beim bräuchegestell ja da war das feuer okay okay und hier mache ich auch mal hier hängt ja noch was dran hier ist noch fleisch hängt hier noch dran das muss jetzt gerade noch nicht verbinden was soll das mit ihm sprechen also hier sind noch zwei stück fleisch und hier hängen auch noch mal drei stück fleisch also essen gibt es auf jeden fall noch genug können vielleicht reicht es noch lang genug dass der angriff kommt dass man zumindest ein stück fleisch als barfurt nehmen kam aber das ist schon gerade kommen die kommen schon andere andere ich sagen wir hier gerade noch ein paar leute zusammen werden wir noch irgendwo im bogen schützen oder das ist er hier ja sehr gut das ist okay das sind drei gefährten ja das sollte reichen da sind wir zu sechst einer von den nächsten bogenschütze das gut dann stellen wir uns mal da vorne hin und empfangen die mal die hunde hier würde ich sagen also essen noch ich habe jetzt noch essen offen also ist das teuer auch das braucht noch zu lange dass das fertig ist sind die gegner schon da meinst du müssten jetzt sind so zehn mal gucken auf die männer auf der wenn ihr auf die map an ihr steht gefährten ok auf der map sehe ich so zwei gekreuzte schwerte die so am pulsieren sind ich dachte so da findet die schlacht anstatt oder so möge die ist die stunde sein in der wir gemeinsam schwerter ziehen oder keulen oder was auch immer wir gerade haben und mein sachs wie war es noch mal herr der ringe aber alle alle dialoge die legolas zu foto gesagt hat es gibt auch so eine compilation wo zwei frauen sich miteinander unterhalten das ist einfach die szene wo erwin zu dem zu dem mädchen sagt und das war's das sind vier ja voll gabeln bei hoch und schützt hat auf jeden fall schon gut kassiert ist down jetzt sagt sind ein als sachsen zeigen jawohl das war ganz gut das war einfach besiegt bisschen gold bekommen was für opfer haben wir noch riemen von einer ich will kein praktisch starten sorry habe ich nichts bekommen nur geld ist es nicht nehmen müssen wir glaube ich nicht ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht okay wie wie können wir jetzt quasi noch mal an heu kommen was war es noch mal nötig dafür der drescher muss den drescher muss man glaube ich bauen ja ich dispende erstmal ganz kurz hier wieder unsere drescher haben wir schon gebaut ich habe den schon gebaut den drescher naja wir müssten ja jetzt hier ja da müssen wir jetzt hier das getreide klein dreschen genau das stroh mussten wir haben ja stroh geklaut beim letzten mal oder vorletzten mal und ein kleiner galaxie ich war auf keiner schule in österreich und da braucht mir landwirtschaft 3 deshalb konnte das ja niemand von uns ach ja das war das problem glaube ich wir können ja erst was dreschen wenn wir landwirtschaft 3 haben ja stimmt stimmt oder wenn es ein kind aber irgendwann habe ich landwirtschaft warte mal immer hatte doch habe ich nicht irgendwie im landwirtschaft auf 3 trainieren lassen 0 22 nee es hat noch keiner landwirtschaft 3 harry landslid du kommst mir mal her du wirst mal im ernten unterrichtet haben alle hunger das ist unglaublich er hat er hier ja ja ich hätte auch gerade schon leute leben verloren weil die halter hungern waren jetzt ich habe jetzt mal regional habe ich jetzt mal eine bessere waffe gegeben er hatte noch diese normale holzkeule ich habe jetzt mal meine alte stachelkeule gegeben ja das mit dem ehren ist wirklich doof mit der landwirtschaft also was wir noch mal versuchen könnten wir könnten ja mal noch mal nach zu anderen dörfern besuchen zum beispiel ganz im osten und spread fort da können wir vielleicht mal gucken ob wir dort kaufen können also stroh kaufen können vielleicht weil ich glaube in herren deren und patz so haben wir uns glaube ich nichts kaufen können oder mehr also zumindest kein stroh halter ja wir brauchen ja ich frage mich halt immer noch wie hier wasser in den wassersammler kommt naja durch regen nämlich mal an oder habe ich noch nie wasser drücken sehen also ich würde sagen wir warten da einfach mal den regen ab oder ja drescher hier benötigt landwirtschaft 3 wenn wir stroh herstellen wollen landwirtschaft 3 oder wir kaufen entweder bücher oder aber wir gucken ob wir händler finden die uns als stroh verkaufen dafür müssen wir erstmal gucken dass wir eine gute geldeinnahmequelle haben weil bücher müssen wir gut kaufen auch um unsere gefährten mal aufzuleveln dass die auch mal ein bisschen mehr können ich bin ja schon dabei ein bisschen das was bei zu bringen zu spezialisieren gab es nicht irgendwo eine mühle da unten die weizenfelder aber das sind banditen besetzt ja da gibt es auch nur weizen und kein stroh ja aber ich dachte es gibt vielleicht noch irgendwo hier kummer achso alex amine am am anati am anita hütte mist ich dachte es gab irgendwo eine mühle wo es auch keine banditen gab aber vielleicht habe ich mich da getäuscht ich habe nur ein marien bekommen habe ich habe nur gold blutet von denen er kam da nicht raus also das wäre so meine idee dass wir das heute machen weil jetzt mal auf anheb auf landwirtschaft 3 kommen wird es wahrscheinlich nicht mehr ich bin jetzt gerade ein bisschen am erkunden ob es hier das stimmt ist schon so spät dass wir schlafen können da komme ich zurück weil ich wollte gerade noch das umfeld erkunden habe ich irgendwo noch aber gut ab morgen sollte der winter vorbei sein dann haben wir endlich wieder nahrungsmittel weil das ist jetzt echt gerade sehr eklig ja wir könnten auch gucken dass wir quests weitermachen ich mein quest habe ich vor kurzem so eine ganze kette erledigt aber ja es war die frage gut die letzte quest ich gemacht habe hat uns auch einige lehrlingsbücher gebracht und gesellenbücher wir müssen zum beispiel noch irgendwas für igor früh können müssen wir schon seit ewig ja das hirschgeweih aber ein hirsch kriegen wir niemals lebendig gefallen oder dem tod das rechtlich letztens hat unser lieber edon musk gesagt er mag das neue star wars nicht und dadurch ist der disney stocks einfach um 20 dollar gefallen dass man das neue star wars nicht mag ist aber auch nicht die kontroverseste meinung der welt muss man auch sagen ich war da raus als sie mit pferden über sternen zerstörer geritten sind da war ich raus an der stelle schlafen oder nicht doch stimmt schon so pferde pferde sind doch elegante tiere das stimmt und ich finde auch an guten stellen wie auch zum beispiel auf irgendeinem gras mond oder was ist niemand passen die auch in star wars hin aber nicht über einen stern zerstörer ich meine da haben landungsschiffe sind auf dem stern zerstörer gelandet haben pferde reiter abgesehen das ist ohne scheiß was allein zu lassen an analysen gab was alles keinen sinn ergeben hat auch diese ganzen bomber in space die aber so design sind als jetzt da wird es der schwerkraft geben überall und solche späße das ist alles irgendwie so jetzt mal ganz kurz noch mal sorry ich muss mal kurz unterbrechen wollen wir jetzt irgendwo hingehen also ich würde jetzt gerne nach bretford mal aufbrechen nach südosten ich meine wir können erst mal gucken dass wir irgendwie die nahrungssituation im dorf halbwegs hinbekommen weil ich weiß nicht ob die das von selbst hinkriegen aber ist jetzt der schnee vorbei dass wir wieder sammeln können ist jetzt der winter vorbeisagen also ich sehe jetzt hier keine bären aber ich kann irgendwie weder bär noch pilze sammeln gerade ja ich glaube das dauert doch mal links die sammeln doch flachs und bären ja ja dann kann ich sich jetzt auch versorgen wir können die wahrscheinlich nur nicht mitnehmen wenn die zuvielungen haben in welcher richtung wolltest du jetzt nach bretford ja südosten wollte ich halt mal neues gebiet man ich meine natürlich ganz gut wenn man so irgendwie hochwaffen könnten hat ihr dann zumindest ein stück fleisch sich nehmen können aber wir finden doch pilze und bären unterwegs ich würde sagen wir wir sammeln uns mal hier an der an der dorf halle oder am sammellager zwei und dann ziehen wir zusammen los und gehen erst mal nach süden da ist eine brücke wo wir schon mal rüber gegangen sind und an der brücke da unten gehen wir dann quasi rüber auf die andere seite und dann laufen wir nach bretford wollen wir vielleicht materialien für den wegweiser mitnehmen was gern wird dafür holz stämme aber die heute stämme kommen auch fortfällen ich glaube es braucht nur noch mehr fünf holz und zwei rohstein ja das finden wir unterwegs das können wir alles eigentlich unterwegs mitnehmen okay also gehen wir jetzt nach wohin hast du dir erst mal genau erst mal nach süden im süden haben wir quasi deine brücke wo wir schon mal drüber sind und da gehen wir über die brücke weil und ich haben gerade schon gesehen dass die weil man kann nicht über über das wasser gehen leider man kann nicht schwimmen man wird zurückgesetzt hat man eigentlich sowas wie ein ende oder ist sowas geplant oder wird es einfach endlos keine ahnung naja ist ich sag mal so wir spielen das jetzt bestimmt noch bis im dezember ein oder so in den dreh also wir gucken einfach mal wie weit wir kommen wie weit wir das dorf entwickeln ab wann es quasi anfängt dass wir nichts neues mehr erleben und es eintönig wird darf doch ich mache hier noch mal hoch mit pilzen und bären ich habe in den neuesten star wars ja die akkolyt habe ich nicht gesehen ich habe ich habe es nicht gesehen aber ich habe genug zusammenfassung gehört dass ich weiß okay ich glaube das braucht man echt nicht sehen also hier so endor und mandalorian und so habe ich habe mir alles angeguckt das war ein ender fand ich auch super es war eine gute serie und mandalorian eigentlich auch bis auf die letzte staffel vielleicht aber akkolyt habe ich mir da habe ich ein screenshot gesehen wie im weltraum feuer brennt da konnte ich das da war ich dafür da war das raus für wichtiger konnte ich ja so war nicht möglich wo das ein gegner vor uns typen können wir für sein wir werden sogar ganz gut die können wir noch mal grillen wir haben jetzt haben wir können zwei frauen ein kind machen weil männer werden nicht gebraucht ganz ehrlich das ist mehr als tot ja ich glaube das habe ich auch gesagt dass die mit der macht irgendwie ein kind herbeibringen und dass das quasi die gesamte auserwählten story von anakin zerstört hatte jetzt rückwirkend quasi gesehen das ist auch so was ist das was ist das was ja doch sind wölfe okay ja so die haben ja auch fleisch dabei also wenn wir genug fleisch haben können wir irgendwo noch ein feuer machen und schnell grillen ja eben was braucht man für eine feuer eigentlich heißt der ein grüßig einfach ganz normales lager voll acht fünf stein und 22 stein und fünf holz das kriegt man ruckzuck zusammen wenn man dann mal was grillen wollen das ist da haben wir gleich das letzte fleisch was wir brauchen ein horn pirat sehr gut da ist das fleisch was wir brauchen bei der brücke sind noch wölfe gegen der trüben zwei fette wildschweine sind die schon tot oder dass sie gerade aus das steht noch ach so ja dass sie gerade aus ja das steht noch oh mein gott ich bin tot ich bin dort schon blocken bis dann das geht auf mich warum geht es auf mich das viel fleisch dabei gehabt okay jetzt können wir mal ein feuer machen und ein bisschen ja auch dringend ich habe ein lebensenergie punkt oder so ich muss mir ganz kurz verbinden also dass das wildschwein hatte so viel fleisch dabei das hat zwei drei vier fünf sechs mal großes stück wo das fleisch dank dem wildschwein dass wir sechs mal klein ist dank dem wildschwein dass kurga und ich letztens auch gefunden haben haben wir überhaupt den winter überlebt wahrscheinlich war das hat auch noch das bisschen fleisch gebracht dass wir überhaupt durch den winter gekommen sind wollen wir hier an der brücke mein wegweiser setzen der schon strategisch wichtiger punkt wo wir sind auch wir haben links ja ein wegweiser wo wir ich noch bis nach brett von gehen ja können wir auch können wir auch machen gerne also können auch hier und da einmal davon ist ein vieh wenn man es feindlich ist es dahinten das ist eine schädliche gegend hier ehrlich gesagt wo man lager aufschlagen können du sagst immer um mit unserem dorf das wieder schwein ich kann es wieder tanken wo es ist das ist ein bolster hier geradeaus bei mir da steht doch ein bildschwein auf den stein ja hier ist es tot glaube ich oder der wolf hat noch ein paar lebenspunkte das was dauern das ist tot hier das wird schon bei mir steht das hier alter guckt euch das mal da oben an dass eine burgruine banditen lager leider wir sollten nicht zu nah an jetzt ja ja lasst mal hier hier irgendwie am wasser hier sind steine ich sammle mal steine 15 braucht mir fünf steine und was schießt auf den hier stehen oder was ich habe versucht ein headshot zu landen dass ich den vielleicht dass wir endlich mal das geweih haben kommen wir hier vorne ist noch ich brauche ein bisschen holz glaube ich für das lage nicht nicht kann jetzt habe ich noch als gar ich ach so man das ja die sind natürlich auch unrealistisch aber jetzt wie so ein lagerfeuer das brennt im weltbieter alter was ist das denn das ist das feuer so riesig holz brauchen wir jetzt noch habe ich dabei kein ding ja dann setzt man ein wir brauchen ja trotzdem noch holz um das feuer zu und da habe ich auch noch ein bisschen was haben wir alles konstruktion lager hier vorne ist noch ein baupunkt ja vielleicht diese riesigen fleischstücke da alle sehr gut jetzt machen kleines barbecue hier kleines kleines kurzes lager das ist so eine afroamerikanerin die wird halt interview nachdem so ein mietshaus irgendwie abgebrannt ist und die beschreibt hat wie sie wach wurde und dachte dass jemand grillt dann hat sie realisiert das ist ein feuer ist heftige adana kebabs auf feuer angelehnt ja absolut ich habe halt ihre ressourcen dabei dafür was soll ich tun das ist ja das geht ein riesiges barbeque jetzt einfach bauen barbeque vor der wir bauen ein rehabilitation center vor der burg da oben richtig provokant zu den banditen da kommen die da so hin und wollen die dienstleistungen ansprungen nehmen das erste fleisch wird fertig wisst ihr was ja noch ganz gut passen würde ein drittes feuer ne schwanker ne schwanker ne räuchergestell ne räuchergestell weißt du wir ziehen jetzt doch einfach alles hier um so ne pole dance stange wär auch nice ich kann hier irgendwie nix nehmen von dem feuer das braucht noch ein glanzbisschen seid geduldig ich hab hunger das erinnert mich ein bisschen an return to moria wo vor diesen wachstums also vor diesen pflanzenkästen gestanden haben und gewundert haben warum der samen nicht so lange braucht zum wachsen wenn ich die ganze zeit gesagt habe ich habe ich habe hunger ich erzähle nicht dass etwas wächst ich glaube das ist verbuggt ehrlich gesagt es hat letztens auch eine weile gebraucht im lager pass auf jetzt ist es wie beim grillen wenn du es auf zu starke flamme legst dann ist es einfach von rot zu kohle einfach in einem durch in einer sekunde quasi mit einmal wimpern schlag das erinnert mich ein bisschen an daisy ja stimmt hört was auch vom alter das dauert einfach viel zu lange boah es geht aber noch weiter honigkuchen wo genau vielleicht ist es auch alles falsch angezeigt aber ich kann es ja nicht mal abnehmen also ich habe letztens einen kranken film gesehen der war neufahrer öffentlich auf netflix und irgend sohn möchte gerne filmkritiker von tik tok hat ihn empfohlen und da habe ich mir gedacht ich gucke mir den mal an der heißt bavarian und ich gehe einfach mal davon aus dass niemand mehr den hier sehen will deswegen würde ich ihn jetzt einfach mal kurz die story von den zusammenfassen weil die war echt weird macht das war also die story ist da kommt eine mulle mitten in der nacht im dunkeln in detroit an so einem airbnb haus an das ist ein ganz kleines haus wirklich nur mit dem eingangsbereich wo so ein tisch halt steht zum essen dann seiner küchendiele ein schlafzimmer im badezimmer und keller ein ganz kleines haus also so und die über dem airbnb ist es halt so dass da halt vorne dran an der tür ist so ein zahlenkombination wenn die richtig eingeben klappt die runter dann ist da drin halt dass der schlüssel genau da geht ja so hin und man gibt diesen code an das ding klappt runter und da ist aber kein schlüssel drin so und dann klopft klopft jetzt an die tür passiert aber nichts dann geht sie zurück ins auto weil die halt bei dieser vermietungsgesellschaft anrufen will und gerade als die nummer wird geht im haus licht an und so ein typ macht auf und er sagt so hey ja sorry ich habe schon gepennt kann ich ihnen helfen die man zuerst ist mein haus ich habe das halt bei rbb gebucht so ne und dann meinte er so ja wie kann ich sagen ich hab das halt auch gebucht halt ne naja dann stellt sich heraus jemand über zwei verschiedene anbieter gebucht und deswegen wurde das halt doppelt vergeben so dann sagt der typ so ja ist ja kein problem wir können ja hier zusammen in dem haus über nacht ja okay und dann sagt er ja du du kannst das schlafzimmer haben weil es gibt halt nur ein schlafzimmer mit einem bett und er würde halt auf der couch da meint sie so ja will ich aber nicht weil ich nur auf sauberen bettlagen schlafen will so und das heißt sie stellen noch mal eine maschine wäschern wo sie hat die bettlagen noch mal mitten in der nacht waschen warum auch immer und in der zeit unterhalten die sich halt und sind dann auch so cool miteinander und haben dann netten abend sozusagen also nicht dass sie was passiert aber die haben eine gute unterhaltung so und dann geht sie ins zimmer macht die tür zu und pennt ich kann hilfe brauche bitte helfen sie mir ich bin in gefahr bitte helfen sie mir ich blocks wieder und ihr schießt drauf oder oder so das ist so ein wildschwein wieder ich komme das hat einfach unprovoziert angegriffen es greift gar nicht an ich schlage einfach die ganze zeit aber ich habe es getötet ich habe es getötet genau und mitten der nacht man sieht sie halt pennen und man hört dann aber also man sieht ihr gesicht wenn sie schläft man hört aber wie jemand halt über die holz fußboden die läuft in ihrem zimmer also es knarzt dann halt so so und da macht sie auf ist aber niemand im zimmer aber die tür ist offen und dann sieht sie kann dann durch die tür die halt so offen steht gucken und sieht dann hinten die couch wo der typ halt pennt und der hat ganz offensichtlich irgendeinen albtraum und schreit dann so ein bisschen nein nein was soll das so weißt du so im traum dann geht sie zu ihm hin und weckt ihn auf und er wacht dann halt auf und dann sagt sie so hey meine tür war offen warst du bei mir ins zimmer reingekommen oder so das ist schon so eine tolle frage er war doch gerade noch am schlafen wie kann er dann hat es ja wir können auch nur so getan haben theoretisch naja 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 und dann ja naja naja dieses Viertel, wo dieses Haus ist, weil die ist ja nachts gekommen, wo es komplett dunkel war, es hat nichts gesehen, ne? Und so typisch Detroit-mäßig, alle Häuser vollgesprayt mit Graffiti, zugenagelt, alles heruntergekommen, nur ihr Airbnb-Haus ist in Ordnung, sagen wir mal so, es ist in Ordnung. Aber alles andere ist heruntergekommen. So, und dann fährt die erstmal zu dem Vorstellungsgespräch, trifft diese Umweltaktivistin, und dann fragt die auch, ja, wo kommen sie denn eigentlich unter so jetzt, ne, während sie hier wohnen? Dann meint die so, ja, da in dem und dem Viertel halt, wo dieses Haus halt ist, und dann meint die so, wow, da, boah, das ist aber gefährlich da, ne? Sehr, sehr heruntergekommen mit zwielichtigen Gegenteils, ja, okay, ich hab halt nichts anderes gekriegt, weil irgendeine Messe ist, so, ich muss da halt wohnen. Ja, und dann geht sie zurück zum Haus, ähm, und als sie halt da vor dem Haus packt und aussteckt, kommt ein Obdachloser auf sie zu gerannt, und, äh, der schreibt so, geh da nicht rein, geh da nicht rein, weil er sie halt offensichtlich halt irgendwie angreifen will, oder so, ne? Und sie schafft es dann gerade noch eben, diesen Code einzugehen, den Schlüssel zu nehmen und ins Haus zu fliehen, die Tür zuzumachen. So, und dann, ich weiß nicht, wie das kam, ich weiß nicht, ob sie was hört, auf jeden Fall geht sie in den Keller, ich weiß noch nicht, warum, und die Tür fällt zu vom Keller und ist von innen nicht zu öffnen. Okay. Das heißt, sie ist im Keller gefangen, ist dann da so und guckt dann so da, und findet an einer Stelle im Regal, findet die ein Seil, so ein Strickseil, was durch ein Loch in eine Wand geht. Und dann nimmt die dieses Seil und zieht da ran, und das geht richtig weit raus aus dem Loch, und irgendwann zieht die damit so eine versteckte Tür auf. In der Wand. Das klingt alles so komplett wirr einfach. So, und dann geht die da halt, dann ist das halt so ein kleiner Gang, und am Ende des Ganges links ist ein Zimmer. Übrigens, wir haben gerade ein paar Schmarotzer hier. Die wollen Futter abgreifen, glaube ich. Ey, was ist denn der Hemphys? Ja, die hat gerade den Pilz mitgenommen. Ey, was? Das sind unsere Dorfleute, oder? Die sind so verzweifelt, dass die uns hinterher kommen, um die Essensreste aufzusammeln. Stimmt, guckt euch mal auf der Map das an, da kommt jetzt jeder an, Alter. Die haben einfach, die haben unser Barbecue gerochen, was wir hier machen. Barbecue-Cool. Ist wirklich so? Äh, gut, er wird dem, sorry, er wird weiter. Äh, genau, da ist halt so ein kurzer Gang, und am Ende des Ganges links ist ein Zimmer. So, und dann geht die da halt rein, so ganz arg gewünscht, und das ist sehr dunkel aber da drin. Und dann baut die sich so eine Konstruktion aus so einem großen Spiegel, den die halt unter die Lampe im Keller stellt, und dann lehnt die den so in den Winkel an, dass das Licht von der Lampe halt so in den Gang reflektiert wird, dass sie halt Licht drin hat. So, dann geht sie halt da rein, und, ähm, ähm, geht halt diesen kurzen Gang entlang links zu dem Zimmer, guckt da rein, und in dem Zimmer steht ein ganz alter Videorekorder, also wirklich so für VHS-Kassetten, und ein richtig ranziges Bett gestellt mit einer absolut versifften Matratze. Nice. So, das ist das Einzige, was in diesem kleinen Raum halt drin steht. Dann denkt sie so, wow, ist das weird, krass, okay. So, und dann, wow, dann muss sie halt im Keller warten, bis da halt dieser andere Typ halt wiederkommt, ne, weil sie kommt ja nicht raus. Und wenn man mal bitte nicht neue Sachen dranhängen, weil ich würde jetzt gerne gleich losmachen. Ich hab jetzt nur noch Holz nachgelegt, ich meine nicht. Okay. Ich hab sowieso nichts mehr so nachgelegt. Aber die Sachen vergammeln? Ja, deshalb, wenn wir jetzt halt hier ewig Essen kochen, dann vergammelt sind in unserem Inventar, wir müssen jetzt langsam mal los. Ja, aber ich meine, das rohe Fleisch ist vergammelt schneller als das gekochte. Ja, aber das dauert doch jetzt ewig noch, bis wir jetzt hier noch die ganzen Fleischkeulen gebraten haben. Ich habe noch vier rohe Fleischkeulen im Inventar. Okay. Ja, aber ist ja schlimm, also. Ja, ist ja gleich Nacht. Also wir können auch bei Nacht ins Dorf gehen, aber das, ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt, der Weg dahin ist ja nicht ewig weit. Ja, aber also ich meine, bevor das jetzt alles vergammelt, hier das ganze Fleisch. Na gut. Also weil das vergammelt halt schneller, dass das Ungekochte ist. Ja, es dauert halt nur ewig, bis wir das jetzt hier zubereiten. Im Notfall, lass mal einfach noch ein paar Sachen, geht das hier drauf, wo und dass ich da was nebenvon, wenn die wieder den Weg hier rüber marschieren. Ja, scheinen die zu machen. Dann lass mal weiter nach Breitfurt einfach. In der Zeit kann der mir weitererzählen. Genau. Okay. Haben wir hier nichts mehr Fälliges? Okay. Na gut. Ja, genau. Und dann wartet sie halt, bis der Typ wiederkommt und das Kellerfenster ragt halt so ein Stück aus dem Boden raus. Also du kannst aus dem Kellerfenster oben, quasi, wenn du im Keller stehst, oben ist das Fenster eben ehrlich mit der Wiese draußen halt, sodass du rausgucken kannst. Und dann kommt der halt wieder und sie klopft dann da und er lässt die dann halt raus. Und dann erzählt sie ihnen das so. Ja, da ist so, ne, völlig verrückt und Raum. Völlig verrückt. Ja, und dann gehen die da halt zusammen gucken und am Ende von diesem kurzen Gang, wo links dieser Raum war, entdecken die dann vor Kopf noch eine versteckte Tür, die einfach so einen selbst gehackten Tunnel nach unten geht, so. Ins Dunkle. Mhm. Genau, und sie meint dann so, boah, nee, ey, voll gruselig, will er nicht rein? Und er so, ja doch, ich bin Killer und gehe da rein. Ich bin Killer. Genau, und er geht dann halt da rein und sie hört nicht mehr von ihm. Und sie rufen ihn auch und er antwortet nicht. So, und dann sagt sie sich, okay, dann gehe ich jetzt hinterher, ich bin auch Killer und gehe da hinterher. So, und dann geht sie da rein, das sind ganz viele so Katakomben-mäßig, da stehen so Käfige drin, also auch so kleinere Käfige und größere Käfige bestehen da rum, teilweise mit so Tierfutterschalen. Und dann findet sie ihn so auf dem Boden, hockend, mit so einer blutigen Schläfe und er ist völlig in Panik. Und dann meint sie so, hey, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Und dann meint er so, nein, nein, sie kommt, sie kommt. Wer kommt denn? Und dann kommt so eine Frau, also eine sehr, sehr, sehr entstellte, nackte Frau kommt dann an mit übelsten Milchtüten, die dann rumäutern. Oh Mann, Alter. Und genau, die packt dann seinen Kopf und schlägt den so lange gegen die Wand, bis er tot ist. So, und dann, als er tot ist, schreit die Frau an, die er dann auch hockt und dann hast du einen abrupten Szenenwechsel zu einem Filmschauspieler, der irgendwo in Miami gerade am Meer entlang fährt, über dem Highway mit seinem Cabrio. und dem Typen gehört das Haus. So, also der, ne, der hat dieses Haus und hat dieser Airbnb-Firma gegeben zur Vermietung. Okay. So, und dann ruft ihn sein Agent an, äh, dass er jetzt einen Rechtsstreit bekommt wegen sexueller Belästigung am Set halt. Also er soll irgendeine Mulle auf dem Set angegrabscht haben. So, und um sich diesen Prozess leisten zu können, muss er halt Geld machen und entscheidet sich dann dazu, das Haus zu verkaufen. Und dafür fliegt er dann halt dahin, nach Detroit, um das Haus halt herzurichten, damit es gut aussieht, wenn er es verkaufen will. Ja. So, und dann kommt er halt da an und geht da rein und sieht dann halt noch so die Sachen, die Koffer und so von den anderen beiden Typen halt. Also von der Mulle und dem Kerl da halt. Ja. Und dann ruft er so da an, so, hä, ja, also sind hier keine Gäste mehr? Dann meinte er so, nee, die letzten Gäste, die waren hier vor sechs Wochen drin oder so und seitdem hatten wir keine Gäste mehr. Dann meinte er so, aber wird denn hier nicht sauber gemacht? Ja, erst wenn halt neue Gäste kommen, wird vorher sauber gemacht. deswegen war da halt keiner drin. Ja, und dann guckt er sich halt auch im Haus um und so und irgendwann kommt er halt auch in den Keller und entdeckt halt auch diesen Gang, diese Geheimtür, aber noch nicht die weiterführende Tür, die hinten runter geht, sondern erst mal nur den Gang mit dem Zimmer links. So, und dann denkt er sich so, boah, geil, Alter, mehr Quadratmeterzahl und googelt dann erst mal so, kann man einen Keller, die Quadratmeter vom Keller halt mit zur Wohnfläche dazurechnen und so? Das ist so deutsch, Alter. Ja, ja. Genau, und dann entdeckt er halt noch die Tür vor Kopf und denkt sich, boah, wie geil ist das? Er war mit dem Marsband unterwegs die ganze Zeit. Richtig deutsch. Genau, und, ja, dann geht er halt da runter und wird dann auch von dieser Frau angegriffen und die sperrt dann in so einen großen Käfig, wo halt diese andere Mulle halt ist. So, und dann werden, dann füllt die halt in so eine große Nuckelflasche, füllt die halt so Muttermilch ab und zwingt die dann, das zu trinken und so. Das erinnert mich voll an The Boys, was ich gerade gucke. Okay. Ja, red mal nicht. Ja, wegen der Mutter nicht. Alles egal, red mal. Genau, und er will das dann aber nicht, deswegen wird sie böse und zwingt ihn dazu, in so einem Raum zu sitzen, wo so ein ganz kleiner Farbfernseher steht, wo die ganze Zeit in Dauerschleife so ein Video läuft, wo eine Mutter halt einen Säugling stillt und er muss sich das dann halt angucken und in der Zeit nutzt sie die Chance, um zu fliehen und Nevertheless stellt sich dann hinterher heraus, dass in diesem Haus früher, wo es noch gute Zeiten gab in Detroit, so ein Typ gewohnt hat, der regelmäßig Frauen dahin entführt hat, die auf übelstaatliche Weise vergewaltigt hat, das halt aufgenommen hat, in dieser Matratze, die ja so vergilbt war und es dann halt mit den Nachkommen, also wenn die halt ein Kind geboren hatten, die er vergewaltigt hat, dann hat er die getötet, aber die Kinder behalten und hat dann mit den Kindern neue Kinder gemacht. Okay. Also das ist Inzest halt, ne, und irgendwann, so nach mehreren Generationen des Inzest, kam halt dann diese, diese entstellte Frau da, da raus, die halt da noch lebt und dieser Typ lebte da unten immer noch in so einem Raum, aber todkrank in so einem Bett liegen, hat die ganze Zeit nur diese Muttermilch getrunken und sich davon, davon gelebt quasi. Boah, Junge, Alter. Ja, ja, und er hat sich da mit so einer Knarre selbst erschossen. Das Ende vom Lied ist dann, dass halt dieser Schauspielertyp mit dieser gefangenen Frau flieht. Dieses Frauenmonster verfolgt die dann halt und dieser Schauspieler opfert dann die Mulle, damit er selber entkommen kann, aber dieses Frauenmonster 4 hat noch Muttergefühle für die Frau und jagt dann diesen Schauspielertypen und bringt den um und diese Mulle, die ja gekidnappt wurde, die erschießt dann dieses Frauenmonster und dann ist der Film zu Ende. Also es war ziemlich weird auf jeden Fall. Ja, ich baue jetzt mal hier einen Wegweiser-Shit. Sehr gut. Das war wirklich sehr weird, die Story. Aber ganz ehrlich, also... Und das hast du erlebt, oder wie? Ich wollte gerade sagen, es war echt nette Erlebnisgeschichte und jetzt erzähl mal wieder von einem Film, den du gesehen hast. Ich habe da diese Inzest-Kinder gezeugt, genau. Hi. Okay. Alles klar. Ja, aber ich meine, ich fand den Film halt durchschnittlich, aber der hat echt verdammt gute Rezensionen bekommen, so auf Rotten Tomato und so. Rotten Tomato? Alter, was ist das denn? Kennst du das nicht? Rotten Tomato ist so eine Freelitungsseite, aber... Sagen wir es mal so, auf die, ähm... auf die Fan-Reviews kann man sich da halbwegs verlassen, aber die Kritik-Reviews kann man da eigentlich ausblenden im Kopf. Rotten Tomato. Ja, das ist schon eine bekannte Seite eigentlich. So. Baumstamm und Rohstein brauchen wir noch. Also leider ist es so, dass das hier offenbar so ein Waldjäger-System ist. Alter, das war Koga, ne? Alter, ich dachte, da kommt ein Gorilla aus dem Gebüsch oder sowas. Ich habe einfach nur irgendwas Braunes auf mich zurengen gesehen. Okay, Alter, ist okay. Du kannst auch mal sagen, danke, dass ich solche großen Oberarme habe, aber nee. Ach so, ich dachte, du wolltest mich rassistisch beleidigen, weil ich schwarz bin. Wir brauchen noch zwei Baumstämme, ich bin schon dabei. Ist es eigentlich rassistisch, zu sagen, man ist schwarz, obwohl man gar nicht schwarz ist? Möglicherweise, keine Ahnung. Möglicherweise. Also in der Siedlung sind wir jetzt leider nicht fündig geworden. Das ist natürlich belastend. Was wäre denn die nächste Siedlung? Die nächste Siedlung wäre Black Ridge Pool. Black Ridge Pool. Oder Farnworth. Die sind aber so weit weg, Alter. Ja, wir können doch jetzt hier den Wegweiser bauen und per Wegweiser per Schnellreise zurück, um zu schlafen. Ach so, ja. Einen Sturm brauchen wir noch. Guck doch den in deiner Hose. Erstmal das Ding wieder abreißen darfst. Also reisen wir jetzt zurück und schlafen? Ich würde sagen, ja. Ich habe noch ein bisschen Fleisch, das können wir auch noch raten. War doch ein witziger Ausflug, hat mir gefallen. Ich könnte doch erzählen, wie ich mal gesehen habe, wie eine Babykatze von einem Rasenwälzer zerrissen wurde. Das wird sagen, das können wir dann... Ich glaube, ich wollte gerade sagen, die nächste Geschichte können wir uns beim nächsten Ausflug anhören, aber wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, wir lassen die lieber aus. Warte mal, der... Ach nee, wir wollen keinen über Jäten. Das ist ja langweilig. Mit dich ja auch mal bestellt. Warte mal, ich muss noch ganz kurz... Ja, Gaven. Gaven macht Landwirtschaft und Ernten. Das ist schon richtig so, der Gaven. Hast du, jetzt ist hier alles vollgehangen, jetzt kann ich meinen Scheiß da nicht mehr reinhängen. Du hängst einfach ins normale Feuer. Hier ist doch ein normales Feuer. Ja, plipp. Okay. Achso, ich hatte gar nichts. Vieles davon ist ja eh für die Leute da noch. Ja, hab ich euch noch irgendwas jetzt? Ich hab jetzt noch Baumsamen und Briemen. Wegen unserem Barbicot da unten ist halt wirklich unser ganzes Dorf über die gesamte Map verteilt, ey. Die wir sind ja gerade so eine Ameisenstraße. Das darf eigentlich nicht nochmal passieren, ey. Apropos Ameisenstraße, und wie ist denn Empires of the Underground? Also mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Also es ist immer noch das gleiche Gameplay wie damals, als es immer noch die Early Access gab, aber jetzt ist es halt einfach, die gesamte Kampagne ist fertig und es ist noch ein bisschen ausgereifter. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, eine ganze Menge, wenn man das Spiel und sieht mag. Ich habe eine viel wichtigere Frage. Wie gefällt dir Blacksmith hier? Ah, Blacksmith. Kommt halt drauf an, wie sehr du Tavern Master mochtest, wenn du es vorher schon mal gespielt hast. Tavern Master ist es das gleiche wie Tavern Master, bloß eben mit einer Schmiede und dass du eben selbst einen Charakter steuern kannst. Also es ist schon cool, wenn man so Spiele mag, bei denen man einfach ein bisschen abschalten kann. Ja, ich muss sagen, ich habe mir das so, ich habe mir das so echt, die ersten 15 Minuten habe ich mir angeguckt und dachte mir so, also ich hätte nach 5 Minuten wahrscheinlich schon ausgemacht. Ich dachte mir so, ja okay, die Minispiele sind ganz nett so, aber irgendwie es hat mich jetzt nicht, ich glaube, ich bin da echt nicht der Richtige, um sowas zu spüren, glaube ich. Ich glaube, das wäre mir zu schnell zu langweilig. Ich muss gerade sagen, es ist so ein Spielprinzip, genau wie mit einem Tavern Master. Man muss einfach so, dass ich hier diese wirtschaftlichen Spiele mögen, bei denen du eben dann quasi auch so langsam eben das ganze Wirtschaftsimperium hochziehst. Das muss einem einfach liegen. Das muss man einfach mögen. Vielleicht habe ich einfach auch so eine innere Abneigung gegenüber so Geschäfte aufbauen und so, weil ich ja selber sieben Jahre im Einzelhandel gearbeitet habe und mir die Scheiße aneignen musste. Ich habe das sieben Jahre im Real Life gemacht, wenn ich dann so Spiele sehe, wo es darum geht, ein Geschäft aufzubauen oder ein Business aufzubauen oder so, dann zuckt bei mir so das linke Augenlid einfach schon. Das ist ein Supermarket Simulator. Das muss Kurga spielen. Nein, Alter. Das wäre wirklich übel mies. Das würde ich nicht wollen, Alter. Alter, es gibt übrigens was Supermark... Es gibt so ein Horrorspiel, bei dem bist du wirklich so ein Supermarktangestellter und du versuchst, den Kunden auszuweichen. Die laufen so wie fast so Zombies durch die Gänge und wenn die dich erwischen, dann fragen die dich nach irgendeiner Scheiße und wollen, dass du die durch die Gänge führst oder sowas. Und wenn du zu langsam bist, dann kommt der Manager und schmeißt dich raus oder sowas. Das ist so richtig übel gewesen. Das ist ja das Schlimmste. Das habe ich halt im Real Life gespielt. Ich habe immer versucht, wenn ich einen Kunden gesehen habe, möglichst großen Bogen zu machen. Es kommt auch immer an, was für Kunden. Aber es gibt manche Kunden, die hast du dir schon vorgemerkt und hast da schon gleich von vornherein Fluchtrouten eingerechnet, wie du den bestmöglichen aus dem Weg gehst, weil du gleich weißt, dass die nur Ärger bedeuten die ganze Zeit. War das wirklich so? Auch im Einzelhandel? Ja, ja. Ich habe ja noch mal zwei Jahre in einem Spielzeuggeschäft gearbeitet und in diesem Spielzeuggeschäft hatten wir so eine Lego-Wand. Also eine ganze Wand mit Lego-Produkten. So Lego von Alters her sortiert quasi bis hin zu irgendwelchen großen Star Wars Lego-Sets oder so, wo so 20.000 Teile drin sind oder so. Also da war wirklich für jede Zielgruppe von mir hatte ein Alter was dabei. Und es gab so einen Kunden, der kam einmal im Monat, Pima Daumen. Der war so Mitte 30 und der war super weird. Also der hatte pinke Haare, so einen ganz dünnen Haarstreifen, pinke Haare, hat manchmal so eine Bastenmütze getragen und so Lederjacke und so Nietenarmbänder. Aber er sah nicht aus wie so ein typischer Punk jetzt oder so, sondern es war so ein Mix aus, ich weiß nicht, so alternativ und runtergekommen. Also ich kann es nicht genau definieren, aber er sah auf jeden Fall sehr wild aus. Und der kam und hat sich so zwei Stunden gefühlt an diesen Lego-Sets dahingestellt und hat die sich alle angeguckt. Und dann hat er sich so zwei, drei ausgesucht, ist zur Kasse und er war brutal unfreundlich. Er war brutal unfreundlich. Wenn du dem dann noch irgendwie so eine Tüte angeboten hast, so was wir ja machen mussten, hat er dann angefangen zu diskutieren und gesagt, sehe ich so aus, ob ich eine scheiß Tüte brauchen würde oder so. Dann frag dich doch mal selber. Ja, also wirklich. Und der kam so einmal im Monat und wenn meine Kollegen und ich den schon gesehen, dann haben wir alle schon so gefühlt zweitig besucht. Mit dem wollte keiner was zu tun haben, weil das ein richtiger Freak war. Und du wusstest halt auch nicht, ob der vielleicht auch gefährlich ist. Du wusstest ja nicht, ob der vielleicht auch noch ein Messer zieht, so im Zweifel. Damit musst du ja rechnen, irgendwie im schlimmsten Fall oder so. Habt ihr den gekauft? Naja, verschiedene Lego-Sets immer. Manchmal, Phil, danke für den Sub. Also manchmal so Lego-Sets für Kinder und manchmal aber auch so richtig krass, Lego-Sets halt von Star Wars oder irgendwie großen, es gibt noch Lego Architects gab es noch, wo so verschiedene Gebäude, die es so gab. Ich weiß nicht, ob der die weiterverkauft hat, teurer, oder ob der wirklich Kinder hatte, die dann damit gespielt haben oder ob der selber damit spielen wollte. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ganz weirder Typ. Ganz weirder Typ. So einhalten wir nicht, aber ich erinnere mich an eine Szene, ich habe während der Schulzeit, wenn es Fachabis ist, habe ich in einer Waschanlage gearbeitet, um meine 125er zu finanzieren. Und also es war so eine Waschanlage, da bist du halt reingefahren, dann fährt man ja durch diesen Bogen durch, wo das Auto erstmal nass gemacht wird und so mit den ersten Chemikalien und so. So und dann gab es eine Station, da stand halt einer mit einem Dampfer, also einem Dampfstrahler und hat dann halt erstmal die Radkästen, die Felgen und so und das ganze Auto einmal abgedampft, um den groben Schmutz runterzukriegen. Das habe meistens ich gemacht. So und dann mussten die so eine 90 Grad Linkskurve fahren, in der Anlage war das alles schon. Und halt zu dem Pult, wo der Typ steht und eingibt, was die für ein Programm bekommen halt. Hallo, hört man mich noch? Ja. Ah, okay. Ich glaube, man installiert einen kurzen Schluck auf. Ich muss mal gucken, ob mein Stream noch läuft. Der läuft noch. Okay, bin wieder da. Genau. Und dann, wie gesagt, muss man eine 90 Grad Kurve fahren, um halt zu diesem Pult zu kommen, also da, wo diese eigentliche Waschstraße anfing und wo der Typ an dem Pult steht, der dann das Programm eingibt, was man haben möchte. Mhm. So, aber der Clou war, du bist da ausgestiegen und durch so einen ganz langen Gang parallel der Waschstraße gelaufen und da waren dann so schiffmäßig so Wullaugen, durch die du gucken konntest und dann konntest du sehen, wie dein Auto da durch die Waschstraße gefahren ist. Und ganz am Ende war dann halt die Kasse halt und da gab es dann halt auch Tee und Kaffee und so, während du da gewartet hast, bis dein Auto kam. Und du konntest dann halt noch entscheiden, dass dann dein Auto noch eine Innenreinigung bekommen sollte, also dass dann die Mitarbeiter da das Auto halt von innen noch saugen und sauber machen und so und dann konntest du da in so einer Launch halt warten. Das musste ich aber zum Glück nie machen. Also ich war nicht in diesem Team, was von innen die Autos sauber gemacht hat, sondern ich war eigentlich, 85 Prozent der Zeit war ich Dampfer und die restlichen 15 Prozent war ich Einweiser an diesen Pult, der dann halt das Programm eingegeben hat. Aber ganz erst so hinterher, so nach einem Jahr oder so, durfte ich da mal dran. Naja, jedenfalls, ich war halt am Dampfer und da kam halt so eine Frau in einem Mercedes und die sah echt richtig gut aus, diese Frau, ja. So, dann habe ich halt das Auto abgedampft, und so und genau, dann war der halt fertig und der Typ, der da halt an dem Pult stand, hat die dann eingewiesen, die fuhr da hin, hat gesagt, was sie für ein Programm, hier läuft eine Katze rum, Digga. Nice. Was sie für ein Programm will und ist dann ausgestiegen und in den Gang losgelaufen. So, und dann hat er halt das Programm gestartet, dann kommt ja so eine Rolle raus und zieht das Auto da rein und auf einmal springt das Auto die ganze Zeit nur so. Und dann haut der Typ an dem Pult auf Not aus und guckt dann nach und dann war das Lenkradschloss drin vom Auto halt, weil die Mulle den Schlüssel halt abgezogen hatte. So, und dann kam der Anlagenleiter, Erkan, Junge, und hat das dann halt so geguckt, ah ja, ja, okay, und dann ist der halt so der Mulle hinterher gerannt und hat gesagt so, ja, kommen Sie bitte nochmal mit hier, Ihr Auto und so, ne. Er hätte sich auch einfach den Schlüssel von Ihnen geben lassen können, aber nein, er hat die Mulle mitgenommen und am Anfang von dieser Waschstraße war auch so ein Torbogen quasi, wenn man so will und das Auto stand genau in diesem Torbogen. Das heißt, wenn man jetzt in die Anlage rein wollte, musste man sich zwischen der Innenseite von dem Torbogen und dem Auto vorbeizwängen, da war nicht viel Platz. Ja. So, und dann hat er so gesagt, ja, sehen Sie hier, er hat sich dann genau in diesen Torbogen gestellt mit dem Rücken zum Torbogen und hat dann so gesagt, ja, sehen Sie hier, ihr Auto stecken Sie den Schlüssel rein, machen Sie Lenkradschloss raus. Und das heißt, diese Frau musste sich jetzt zwischen dem Auto und Erkan durchzwängen und musste sich dann übelst so mit Ihren Möpfen an ihm reiben halt. Zweimal, einmal hin und dann wieder zurück und dann war die gerade weg. Und man hat genau gesehen, er kam halt an, hat sich gefreut, wie so ein Honigkuchen fährt. Und er hat gesagt, boah, ey, hast du gesehen, wie die geile Möle da wie die Titten an mir gerieben ist. Ja, ja, das haben wir alle gesehen. Erkan. Erkan. Ihr Legende, Alter. Ey, kann ich jetzt, wo ich drüber rede, da gibt es einige. Hab ich das schon erzählt von der Waschanlage? Ne, ich glaube nicht. Ne, ja, pass auf, wir hatten eine Aushilfe. Aber ganz kurz, ganz kurz, bevor wir die nächste Geschichte gehen, bedanke ich mich erst mal fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dann gibt es da weiter für alle, die interessiert sich in einer Story. Und man wollte schon seit zehn Minuten die Folge werden. Irgendwie gefühlt. Das ist von einer Story in die nächste einmal die ganze Zeit. Ja. Das ist von einer Story. Das ist von einer Story.